Ich meine, schau dich an deine Hände. Was? Okay. Jetzt sehe ich so. So unimpressed. Wie? By being big and being bad. By being big and being bad. Don't say that shit in front of people. It's embarrassing. You? That's the attitude that gets you in trouble. I'm sure you were shitty to everyone you came across tonight. Not everyone. Name one. Hmm. Hmm. Fuck. Hmm. If I marched, I wouldn't have to keep talking. Wait. That doesn't make sense. Just give me a drink, please. Colin, enough already. I haven't slept in two days. I went out a second story window, and I want to get in two seconds of shut eye before I... Look. If I give you this, will you let me sleep? Yeah, yeah, alright. Probably. Da. Thanks, Bigby. Schon gut. Ich hab ja noch ne Flasche. Ah. Jetzt trink mal net wie so ne Sau. Ein Sessel zum Pennen. Was besseres gibt's net. Wer knuspert an meinem Häuschen? Ja, ist ja gut. Ich komm ja. Verdammte Scheiße. Einmal klopfen hätt's auch getan. Was ischen? Ach, das ist die Kleine. Jamais, servus. Oh. Bigby. Snow? Komm mit mir. Oh. Snow, Snow, Snow. Äh, Rotkäppchen? Snow. Ne. What? Sorry, I'm... What is it? Ach, Schneewittchen. Just keep up. We can't... Hi. Hallo. Guten Morgen. Oder... Morgen. Ja. Der sieht komisch aus. Ja, bitte. Diese Wände sind paper-thin. Wir müssen vorsichtig sein. Wir sprechen außerhalb. Hey Braut, ich will grad pennen. Was ist da los? Was? Ja und? Eine Jacke? Oh. Oh. Von dem Wächter da? Oder was? Na klasse. Na klasse. Das ist doch die kleine von... Von vorhin. Du... Knallst du diese Frau? Ist... Sie ist... Sie ist... kein Monday, richtig? Egal was sie ist, jetzt ist das nicht mehr. Ich dachte... Ich wusste, dass ich alle in Faibletown wusste. Nur eine... Frau. Wir hatten nicht viel Zeit, um zu sprechen. Was hat jeder im Mund? Der Waldmann. Er hat sie attackiert. Ich kam in. Und er hat uns beide beurteilt. Nein. Du glaubst nicht, dass er... Ich glaube noch nichts. Nur... Gib mir einen Moment. Es ist einfach... schrecklich. Also... Wer hat sie gefunden? Ich habe es. Sie war so ähnlich. Ich habe sie nicht. Ich habe sie mit Grimble. Ich habe sie mit Grimble. Ich habe sie mit Grimble. Dann... Ich habe sie mit dir. Nein. Ich habe sie mit dir. Ich habe sie mit dir. Big P... Was einer von... uns... macht das? Es ist nicht so... Ich habe sie in Faibletown. Seit lange Zeit. Es ist mehr Grund, dass wir nicht anfangen, bevor wir wissen, was passiert. Hmm. Ich habe sie nachher. Wir haben keine Angst. Zeit, bevor die Leute hier durchkommen. Ja, ist ja gut. Was ist das? Was ist das? Ja, das... Das frage ich mich auch. Nimm es halt. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, dass du weißt. Wie? Und ein Ring. Und ein Ring. Und ein Ring. Hm. Gute Frage. Hm. Gute Frage. Wunder. 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 Was hat das gemacht? Was könnte so machen? Was könnte so etwas tun? Was könnte so etwas tun? Es ist etwas sehr scharf, oder etwas mit Magik an sie. Was wäre, was könnte so etwas tun? Du weißt, was die Spur ist. Was könnte so etwas tun? Ja, finde ich auch. So, gucken wir mal. Da ist Blut. Eine Blutspur. Können wir sie nehmen? Nee, Touch. Ja, sieht so aus. Gut gerochen, alte Spirnase. Kann ich eigentlich auch rennen? Ah, nee, ich kann schnell laufen. Okay. Ah, was ist das? Ah. Ich bin hier lange. Hm. Mit einem. Fabrik. Looks like jeans. Doesn't tell me much. Nope. Hm. Just some loose trash. Ah. Ja, mehr Blut. Someone might have hopped the fence, got caught. Then let the trail I found earlier. Na dann. Blut. Still wet. Sharp enough. Kann man den Scheiß irgendwie aufmachen? Hm. Gucken wir mal weiter. Ich bin noch nicht fertig. Snow. Ah, mit der kann man auch was machen. Ansprechen, oder? Ich kann sie ja mal zeigen. Was machst du? Es ist besser, dass du dich erinnern bist. Klar, einfach... Hör auf. Wir haben nicht viel Zeit. Ich hab alle Zeit der Welt. Wir sollten... ...move her. ...bevor jemand kommt. Wir finden uns mehr im Geschäftsaufkommen. Sie wird in den Büchern sein. Ich bin sicher. Bigby, hast du keine Ahnung, was passiert ist? Hm. Hm. Wie ist das passiert? Warum sie? Das ist ein Messer. Ein Messer? Ich weiß nicht, Bigby. Ich bekomme Sorgen in der Office all the time, aber... ...was, was das macht dich denken? Wer hat das gemacht hat, ist nicht genau zu schütteln. Die Aufmerksamkeit der Kopf ist exakt. Wichtig. Sie wurde hier genau, um uns zu finden. Alle von uns. Hm-hm. Na ja, ja. Ich glaube, du bist richtig. Der Körger wollte uns wissen, was sie gemacht haben. Ich werde das erzählen, Crane. Wer ist Crane? Jetzt kommt schon Snow. Genau. Kräne ist nicht, was jetzt wichtig ist. Wir müssen herausfinden, wer diese Mädchen war, damit wir, wer das gemacht hat. Geh das zurück zu Dr. Swinehart. Er kann es sehen. Ich will dich in der Geschäftsführung treffen. Was ist denn? Was ist denn? Ich komme gleich raus. Oh. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist derjenst mir, Frau Snow. Derjenst mir einfach auf diese Katastrophe auf der ganzen Türkei. Das letzte was ich mit Mayor Kohl ist, ist eine Hysteria. Du verstehst mich? Ja, natürlich. Du hast mich nicht verraten, Frau Snow. Du hast mir eine Frage gestellt. Du hast mich nicht verraten. Du bist zu schützend für diese Unbezuchtigkeit, Frau Snow. Nein. Ich bringe dich diese Nachbarn so schnell wie ich konnte. Du bist verraten, um die Dinge zu schützen. Das ist ein Verzicht. Wenn jemand mich nicht verraten hat, dann musst du sie schützt. Oh, deine Rolle in diesem ist deutlich verraten. Ja. Wir sprechen über das. Ja. Sheriff, du bist derjenst mit schützenden Bürgern von Fabletown. Du Verzicht zu tun, kostet jemandem ihr Leben, und die Sicherheit der gesamte Gemeinde. Sag mir, du hast etwas gemacht. Du hast einen Geist zu spüren? Bewusstseins? Alles, alles. Alles. Alles, alles, alles. Alles, alles. Weil jetzt, ich habe eine halte Art, um zu fangen. Das Feuerleut machte dich. Das Feuerleut ist eine Art. Wir haben alle, die wir uns beendet haben, er hat mich seit der Bekwunschung. Das Feuerleut? Das Geist-unste, war das mögliche? Das ist eine Leidung. Das ist es. Verzicht ihn. Er kommt diesen in hier, wenn das alles du musst. Du zwei musst zu antagieren, um diese Situation schnell und ruhig und ruhig. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist ein Fable-Town, zu wissen, dass es ein Körner zwischen uns gibt. Snow. Ja? Sir? Call Vivian in der Zeit und sie wissen, dass ich in der Zeit gekommen bin, um meine Masage zu kommen. Ich werde. The fuck? Wo ist die Wien, die du kaufen willst? Don't bother. Vergiss es. Ich kann es nicht tun, was richtig gemacht. Um... Geh deinen Job, Sheriff, oder wir finden jemanden, der kann. Tja. Arschloch. Du weißt, was? Stopp. Wir werden es sofort aufhören, Sir. Gut gebremst. Gut reagiert, Snow. Du hättest ihn einfach mehr aufhören. Okay. Das könnte besser sein. Ich glaube, ich sollte dich auf dich hören und wartet. Ich wollte nicht sagen, dass ich dir so gesagt habe. Du musst es nicht sagen. Ich habe es dir trotzdem gesagt. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Und? Never mind. Smoke away. So, Crane ist ein Asshole. Yep. Ich war ungefähr eine 8 auf der Asshole-Skale. Ah, eine 9. Asshole-Skale? Das klingt nicht richtig. Da fladert was. Ist er weg? Wie geil. Ah, da. Er hat eine Flasche. Betrunken fliegen. Schäm dich. Buffkin! Hallo, Miss Snow. es ist ein Krieg See-Skale. Dann haben wir noch eine Rei Thufe. Ich glaube, wir sind mal die Kinder. Ja. Vielen Dank.